Hallo und herzlich Willkommen zu einer kurzen Stream Ankündigung. Heute am Abend ab 20 Uhr möchte ich ein bisschen in Aberration was machen. Ich müsste zum Beispiel noch ein paar mal an die Oberfläche. Ich könnte mir auch die Artefakte holen oder uns fällt noch ein anderer Quatsch an. Mal schauen. Auf jeden Fall heute ab 20 Uhr bei mir auf Twitch gibt es mal eine Runde Aberration von meinem Spielstand. Ja, bis heute Abend kennt ihr alles was ich aufgeschüttet habe. Meine voraufgenommenen Folgen sind bis dahin durch. Also steht dem nichts im Wege. Ihr versäumt gar nichts. Aua. Ja, dagegen geknallt. Also heute am Abend Ark Aberration. Bei mir auf Twitch. Was wir machen? Ja, das soll auf YouTube landen. Bleibst du da? Du nicht. Scheinhorn. Wieso bist du schon wieder ausgebüxt? Die büxen immer wieder interessanterweise da raus. Ich verstehe nur nicht wie. Aber gut, der Lyströ ist ja auch irgendwie da reinkommen. Mir ist nicht klar wie. Ich muss ja zugeben, euer Gehege ist etwas klein, aber ihr bekommt etwas Größeres. Ja. So. 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 Ich gehe raus. Tschüss. Magst du auch raus, Lyströ? Komm raus. Du darfst. Du nicht. Ach, wenn wir Menschen Spass haben. Okay. Okay. Ich würde sagen, dir ist hin. Hattest du was drin? Naja. Das heißt, kannst du behalten. Hattest du was drin? Nö. Na gut. Also, wenn ihr wollt, heute 20 Uhr. Ark Aberration. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann auf Twitch. Ja, du kleiner Rocktrick. Ja. Schaut wunderbar aus. Ja. Tschüss. Ja. Schaut wunderbar aus. Ja. Tschüss.